Dein Wohnwagen ist mit allen Wassern gewaschen. Aber wie stellst du eigentlich die Wasserversorgung in deinem Karawan her? Dein Team Weinsberg erklärt dir alles, was du wissen musst. Und das in unter zwei Minuten. Zur Wasserversorgung verfügen all unsere Karawans standardmäßig über einen Frischwassertank mit Tauchpumpe, der modellabhängig unter der Sitzgruppe, dem Bett oder dem Fußboden verbaut ist. Am leichtesten kannst du den Frischwassertank mit einem Schlauch oder einer Gießkanne befüllen. Das funktioniert je nach Modell über einen Außenanschluss oder direkt am Tank. Den Füllstand kannst du ausstattungsabhängig ganz einfach am Bedienpanel überprüfen. Nun musst du nur noch den Schalter der Tauchpumpe umlegen. Diesen findest du entweder am Bedienpanel oder direkt am Sicherungskasten. Für einwandfreies Trinkwasser sorgt auch einer unserer BWT-Wasserfilter. Eine Kartusche reicht für bis zu sechs Monate und das ganz ohne Chemie. Das Abwasser wird in einem Rohr am Unterboden zusammengeführt. Aber denke daran, immer ein geeignetes Gefäß darunter zu stellen und das Abwasser nur an ausgewiesenen Entsorgungsstationen auszuleeren. Bei Frostgefahr oder Nichtbenutzung müssen Sie den Frischwassertank und modellabhängig den beim Wasserbeuler entleeren, um Schäden zu vermeiden. Dafür gehen wir jetzt nach innen. Zuerst die Tauchpumpe ausschalten. Den Reinigungsdeckel des Tanks abnehmen und den Verschlussstopfen am Tankboden entfernen. Das Wasser fließt jetzt ab. Wenn der Frischwassertank leer und die Pumpe aus ist, bringe den Verschlussstopfen und den Deckel wieder an. Entleere nun die Leitungen, indem du alle Wasserleitungsventile aufdrehst. Diese befinden sich in der Regel ganz in der Nähe der Wasserhähne in Küche und Bad sowie dem Warmwasserboiler. Um den Boiler jetzt zu entleeren, bringe alle Warmwasserhähne in Warmwasserposition. Ausstattungsabhängig besitzt du einen Frostwächter, der sich durch eine 90-Grad-Drehung des Sicherheitsventils manuell entleeren lässt. Bei Temperaturen unter 6 Grad entleert sich dieser automatisch. Wenn du den Boiler jetzt wieder in Betrieb nehmen willst, dann schließe einfach wieder das Ventil und drücke den blauen Druckknopf, bis er in dieser Position einrastet. Jetzt heißt es Wasser Marsch. Dein Team Weinsberg wünscht dir eine gute Reise und eine tolle Zeit in deinem Karawan. Dein Team Weinsberg wünscht dir eine gute Reise. Untertitelung des ZDF, 2020